Freunde, nein, ich bin nicht die aus Charlies Schokoladenfabrik, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ja, 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 chill, chill. Ich rufe wohl gleich an. Entspannt euch, Jungs. Holy Scheiße, nicht in die Rose. Er kann nicht annehmen. Wie? Der darf nicht Handy, der hat einen Coin verschwendet. Ah, das wusste ich halt nicht, genau. Bro, I don't know. Ja, der Bro hat sich irgendwie eingesperrt, weil er seine letzte Challenge nicht geschafft hat. Stunde, eins. I don't know. Ich. Mir. Dankeschön, wir sind in die Cantina-Band. Wenn ihr Song mit dem schon habt, sucht sie einfach. Digga, das kann doch nicht sein, dass es die ganze Zeit ist. Hab die Bots immer gesagt, kein? Bro, das kann nicht sein. Digga, egal. Egal, nix, nix Game Master. Sei einfach da. Bro, er hat einfach einen Typen organisiert, der den Game Master für ihn macht. Und das ist die einzige Quelle mit, wie er kommunizieren kann, Bro. Ansonsten kann keiner mit ihm reden, er hat keinen Chat, er hat nichts. Bro, das ist so helle stupid, Alter. Das ist so unfassbar stupid. Bro, das kann doch nicht sein. Bro, das kann doch nicht sein. Das ist doch buggy. Ey, ist auch wie für eine geile Bestrafung. Bro muss nicht mal Chat lesen und macht pro Sekunde 30 Cent. Holy shit. Also, es muss wirklich die welthärteste Bestrafung sein, die es jemals gab, Leute. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, Alter. Hey, Klötenpimmel, alles Gute, by the way. Wie sieht es aus mit Jim? Oh, bro. Oh, shit. So semi, so semi-gut. You know? So semi-gut. Basically läuft es gar nicht gut seit Weihnachten. Ich war gar nicht, okay? Was ist das hier? T-6. Kracher, kracher. Absoluter Bänger, Jungs. Wirklich, wie oft noch. Wie oft noch. Bro, ich bin hier einfach so ein großes... Bro, Toten braucht gar nicht streamen, um ihren Merch zu promoten, Alter. No joke, weil ich übernehme das. Ich trage das seit vier Tagen in a row. Aber es ist einfach... Es ist sehr bequem, was soll ich sagen? Danke, dass CentralP Zeit für uns gefunden hat. Bro, er heißt CentralC. Ich bin weder CentralC noch CentralP. Shut the f*** up, okay? Du mit 50? Okay, okay. An dem Punkt liegt dir einfach irgendeine Scheiße. Das ist einfach nur ein alter Mann. Was zur f*** hat das mit mir zu tun, Junge? Der hat einfach nur ein blaues Shirt an. Es macht gar keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Bruder, oh mein Gott, die Song. Äh, Amerika. Digga, der steht. Amerika. Gott, die Socken, Alter. What the f***. Soll ich ihn mal anrufen? Oh, er ruft gerade an. Warte mal. Er hat aufgelegt. Okay. Ruf Hugo an. Ich rufe Hugo Mobil an. Wirklich, dieses Bild ist kottlos. Das hat er selber da eingestellt. Es hat Gifts. Er dachte sich, oh mein Gott, wenn Leute mich anrufen, dann will ich die Leute das sehen. Ich weiß nicht, wie man das hört. Wer ruft mich an? Ich gucke nur, wenn er mich anruft, okay? Digga, Kevin Papa Platte ruft mich gerade an. Das kann nicht sein, Digga. Ich darf nicht ran gehen. Das ist hauen, Bro. Das ist crazy. Ich darf nicht ran gehen. Ey, ich sollte ihn richtig krank anrufen, oder? Bro, wer war für ihn diesen Game Master? Können wir das kurz irgendwie haben und ich f*** ihn ab? Das wäre mega geil. Wer macht das? Warte mal. Wer hat Game Master? Kann ich da kurz Zugang bekommen? Oh, ich habe eine Idee, was ich mache. Trollface? Ich versuche, so lange wie möglich, meine Hand an die Herdplatte zu halten. Das ist geil. Oh mein Gott. Luca, lol. All right, Luca. Gib mal Game Master Zugang, lol. Können uns Discord adden, oder so. Okay, mal gucken, ob er macht. Machen das mit BÜ, sagt, was ich schreiben soll. Was für ein F*** ist BÜ? Okay, was soll ich schreiben? Bildschirm übertragen, ach so. Digga, ich bin ehrlich, die Musik, das mit den Sounds war so eine Scheißidee, weil ich kann nicht mehr mehr richtig reden mit euch. Okay, er soll erst mal schreiben, dass seine Socken ekel sind. Schreibt mal, seine Socken sind unfassbar ekelhaft. Liebe Grüße von Kevin. Ich würde sagen, ich mache auf volle Stufe. Oh, ich habe ekele, Bro. Versuche, so lange wie möglich, okay? Ekelhaft, das ist chillig. Drei, zwei, eins, go. Ein Pfadfinder, zwei Pfadfinder, drei Pfadfinder, vier Pfadfinder, fünf Pfadfinder, sechs Pfadfinder, sieben Pfadfinder, ein Pfadfinder, ein Pfadfinder, neun Pfadfinder, sieben Pfadfinder. Digga, wie schnell wird das machen? Ich weiß nicht, an welchem Punkt das Toss ist. Er muss aufpassen. Alter, das ist crazy. Das könnte Self-Harm sein, ich bin mir nicht sicher. Oh ja, ist warm. Ist der warm. Oh ja, ich merke die Wärme. Ho, 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 ho. Oh mein Gott, Gott, schnell, Luca, du musst das saveen, Luca. Ja, doch, das ist warm. Luca, oh mein Gott. Oh mein Gott, dieser Vollidiot. Das war kann nicht. Oh mein Gott, Luca. Sag mir, wer soll dich Kameet schreiben, Lule? Könnte vielleicht tot sein. Er hat's nicht gehört. Achso, ein Malengame-Wasser, passt schon. Nein, du Vollidiot. Du hast recht. Oh mein Idiot. Aber ich versuche, ein Blatt Papier brennen zu lassen. Kriege. Oh mein Gott, Bruder. Da werden wieder die Leute auf Twitter ausrasten, wenn sie die Scheiße sehen. Ich spreche die Challenge sowieso früher wieder ab als geplant Omega-Lul. Ist das kranke Scheiße. Ich sehe schon, ja, ja, ich sehe schon die Tweets, dieser Junge verblödet unsere Jugend oder die Streamer sind alle dumm wie Scheiße oder so. Oder wie kann man den gucken? Die brennt. Oh, es wird richtig warm jetzt. Bruder, was zum... Bro versucht Feuer zu erfinden, Alter. Was macht er? Pogas, Sub-Gifts. Digger, das wird niemals brennen. Ist ja dumm. Das ist crazy. Alter, ist das Papier warm. Es ist zu einfach. Oh mein Gott. Das ist kranke Scheiße, Mann. Oh, oh, doch, 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 doch. Wer ist das? Der hat gesamt. Bruder, was erwartet er? Das wird nicht brennen. Oh ja, doch, das kann brennen. Oh nein, jetzt riecht es dir. Digga. Mh. Hier ist zu braun. Druckerpatrone. Mh. Erhitzte Druckerpatrone. Lieben wir. Auf gesund. Ah fuck, das wirst du gar nicht sehen, ne? Sehen die das? Ne. Oh, er muss auch was mit Spiegelung vielleicht. Hi, 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 das wollen wir natürlich nicht. Pogas, Sub-Gifts. Ah, was sagen wir für die 5. Sub-Gifts, Bro. Und Akazia auch für die 5. Sub-Gifts. Kuss, 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 kuss. Ey, vielen, vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich hab Basti geschrieben, dass ich so 20 Uhr oder irgendwie so was ready bin für Craft-Attack, weil er auch vorher noch was machen muss. Und dann hab ich geschrieben, sollen wir so auf gemütliche 20 Uhr Craft-Attack, dann machst du ein bisschen One-Block und danach gehen wir rein. Bin da sehr flexibel heute. Werde, glaube, Tarkov drei Totenkopf-Emojis spielen. Und kann jederzeit abbrechen. Und dann hat er geschrieben, so machen wir es, guter Plan. Schnapp sie dir, Champ. Oh mein Gott.